Hebatan, Hebatan, Gulchere, Chawar, Zim. So, heißt oder noch weiter? Ich bin Saitveri Sadat. Ich komme aus Afghanistan. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin seit 6 Jahren in Nordland. Ich bin Flores. Ich mache die Arbeite 5 Jahre auch in Afghanistan. Flores. Ja, 5 Jahre. Am Vormittag in die Schule gegangen und am Nachmittag arbeiten. Ich habe Selbstvertrauen. Und ich gehe einfach rein. Und ich gebe mein Bestes einfach. Ich möchte gerne gewinnen. Ich gehe einfach rein. Ich gehe die Arbeite 5 Jahre alt. Ich gehe jetzt mal rein.